Das schnellste und einfachste Pulkorn aus dem Dutch-Ofen ever! Du guckst dieses Video und du wirst hungrig und willst es nachmachen. Und dann in dem Moment, wo du sagst, einen Dutch-Ofen habe ich, einen Grill habe ich, jetzt ist noch ein Problem. Dir fehlt a das Fleisch und b fragst du dich, wo zur Geier bekomme ich das da eigentlich her? Weil das scheint ja der Shit zu sein. Du hast jetzt hier einen Dutch-Ofen. Ja. Du packst in den Dutch-Ofen einen Burger-Ring rein. Richtig. Unten rein kommt Flüssigkeit. Unten rein kommt Flüssigkeit plus einen Keramikteller, worauf du das platzierst und damit umgehst du quasi den Pfannenknecht, den man hatte. Genau. Ich schätze zweieinhalb Stunden und wir müssen diesmal zwischendurch nach Flüssigkeit gucken. Was aber auch heißt, dass es das schnellste Pulled Pork ist, weil normal Pulled Pork sag ich mal 6 bis 18 Stunden. Es sind exakt 2 Stunden und 35 vergangen. Also es fühlt sich ganz weich an, ich bin mal gespannt, wie weich es im Kern ist. Okay, ich zupfe ja. Oh Johannes, guck mal, das geht aber ganz gut. Honig-Senf-Pulled Pork, das kann nur gut schmecken. Man kann den Geschmack über die Soße komplett frei bestimmen. In exakt zweieinhalb Stunden.